Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das Mädchen ist der Einsatz in einem Videopokerspiel. Warten Sie mal. Wenn wir nicht spielen, tötet er sie. Wenn wir verlieren, stirbt sie auch. Er kann für uns spielen. Der Busch ist phänomenal. Oh nein, ich hab verloren. Konnten wir ihn aufspüren? Nein, er benutzt Multiproxy und er wechselt andauernd den Router. Er hat sie. Er verlangt ein Spiel. Ist alles verschlüsselt. Es ist ein Code. Die Touristin könnte noch am Leben sein, aber sie hatte ja nicht mal eine Chance. Wenn Sie spielen, dann haben wir mehr Zeit, um ihn zu finden. Was zur Hölle sollen wir denn tun? Die Zeit läuft uns davon. Die Samenkörner sind identisch. Sie stammen von einer Pflanze namens Passiflora per villosa sylvatica. Versuch ihn aus dem Konzept zu bringen. Mach ihn mürbe. Versuch ihn zu verwirren. Vor allem, beuge dich niemals seinem Willen. Oh mein Gott. HurHitarf. zombies Untertitelung des ZDF, 2020